Bevor wir zu dem Set an sich kommen, muss ich aber kurz noch mal ein Thema mit euch bereden, was mich in letzter Zeit öfter etwas ratlos zurückgelassen hat. Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mal wieder mit einem Lego Set und zwar der 8832 aus der Technikreihe. Ihr seht es schon, ein sehr altes Set, aber ich weiß nicht, ob ihr direkt auf den ersten Blick seht, wie alt genau. Ich verrate es euch natürlich. Dieses Set ist von 1989. Wahnsinn, oder? Bevor wir aber jetzt zu dem Set kommen, möchte ich noch mal etwas ansprechen, was mich in letzter Zeit etwas ratlos zurückgelassen hat. Und das ist diese ganze Lego-Thematik. Und ja, Leute, ich verstehe, dass man mit der jetzigen Firma Lego ein wenig auf Kriegsfuß stehen kann, nach der Causa Klemme und natürlich auch allem anderen, was sie sich vorher schon geleistet haben. Was ich aber nicht verstehe ist, dass Hasskommentare unter Videos geschrieben werden, die Lego behandeln. Egal, ob neues Lego oder auch gebrauchtes Lego. Ich meine, gerade in meinem Fall hat es sich ja in den letzten Videos immer um gebrauchtes Lego gehandelt und auch sehr altes Lego. Wir hatten das Barrichello Schumacher Set von 2004. Wir hatten ein Star Wars Set von 1999. Und in diesem Fall sind wir auch noch nicht mal bei der Jahrtausendwende. Und trotzdem wird es sicherlich wieder Kommentare geben, die mir vorwerfen, dass ich dieses Set hier zeige. Und das kann man ja auch kritisch irgendwo in den Kommentaren so niederschreiben und mir gerne erklären, warum und wie ich damit Lego weiterhelfe, wenn ich ein Set von vor der Jahrtausendwende hier vorstelle. Aber was ich nicht verstehe, ich möchte jetzt hier niemanden einblenden und niemanden direkt ansprechen, dass es Leute gibt, die in die Kommentare gehen, um mich zu beleidigen, weil ich ein Lego Set vorstelle. Das geht meiner Meinung nach gar nicht, egal ob bei mir oder bei anderen Content Creatoren. Egal ob Klemmbausteine oder YouTube, das hier ist ein Hobby, gerade bei kleinen Kanälen. Und ich sehe es nicht ein, egal wie gesagt, ob bei mir oder bei anderen, dass Leuten dieses Hobby kaputt gemacht wird, nur weil sie über eine Firma reden, die in Anführungsstrichen nur rechtlich ihr Recht durchgesetzt hat, wie einige Leute sagen ja sogar recht fair. Ob die Methoden dann gefallen, ist eine andere Sache. Aber lasst Leute in Ruhe und beleidigt sie nicht, weil sie ein Lego Set zeigen. Das wollte ich nur mal kurz angesprochen haben. Und nachdem deshalb jetzt vielleicht ein bisschen schlechte Stimmung verbreitet wurde, ich entschuldige mich schon mal an der Stelle dafür, kommen wir jetzt endlich zu dem Set, um das es heute gehen soll. Es handelt sich dabei um so eine Art, ich würde sagen Go-Kart oder Buggy. Das ist bei der alten, ganz alten Lego Technik nicht zu 100% zu bestimmen anhand von den Bildern. Auf der Rückseite der Verpackung haben wir auch nochmal das B-Modell gezeigt. Und da seht ihr schon, das ist natürlich auch wieder ein gebrauchtes Set. Was ich mir für 15 Euro bestellt habe. Seid bitte nicht so verrückt und kauft euch so ein altes Set neu. Denn die Preise, die dort aufgerufen werden, ist es natürlich nicht wert. Auf der Packung gibt es jetzt aber auch nicht so viele interessante Sachen zu sehen. Deshalb würde ich sagen, machen wir das Ganze mal auf und schauen uns zusammen die Anleitung und die Steine an. Und hier haben wir auch schon die Anleitung. Also dieses alte Design ist ja wohl Weltklasse. Ich meine, es gibt ja diesen Spruch, die 90er haben angerufen, sie wollen ihre Witze zurück. Oder die 90er haben angerufen, sie wollen ihr Design zurück. Aber in dem Falle ist es ja angebracht, weil es kommt einfach aus dieser Zeit. Auf jeden Fall ist die Anleitung hier auch schon in Heftform. Es wird wie auch in heutigen Lego-Anleitungen nichts ausgegraut, was schon gebaut wurde. Sondern es wird weiterhin alles in Vollfarbe dargestellt. Der Unterschied ist aber, hier wird auch nicht gezeigt, was neu gebaut wurde. Das muss man sich selber rausfinden in seiner Art Suchbild, was natürlich alte Lego-Technik-Sets schon mal um einiges schwieriger macht als heutige Lego-Technik-Sets. Und da sind diese Sets schon wieder vergleichsweise einfach zu den Lego-Technik-Sets der Anfänge, wo man mehr oder weniger drei Bilder hatte und anhand von den drei Bildern das Ganze zusammenbauen musste. Aber wir können uns hier schon mal auf einen etwas schwierigeren Bau oder anders gesagt viel schwierigeren Bau einstellen, als es bei den heutigen komplett einsteigerfreundlichen Sets der Fall ist. Das sieht man auch schon, wenn dieses gesamte Set nur 13 Bauschritte hat. Bei einer heutigen Lego-Technik-Anleitung mit 13 Bauschritten hätten wir vielleicht gerade 10 Pins in den Liftarm gesteckt, übertrieben gesagt. Also hier geht pro Bauschritt noch richtig was voran. Insgesamt haben wir dann für das A-Modell sieben Seiten und hört, hört, natürlich ist das B-Modell auch in der Anleitung abgedruckt. Man wird hier nicht gezwungen, eine Online-Anleitung runterzuladen, so sollte das Ganze auch sein. Beim B-Modell haben wir dann zwölf Bauschritte bis Seite 12. Und es gibt auch nochmal einen Anleitungsabschnitt, wie das bei diesen alten Lego-Technik-Sets hier üblich war, dass man das Ganze dann motorisieren kann in Kombination mit dem Lego-Technik-Set 8700, in dem der Motor war. Und bei diesen Bildern geht mir hier wahrlich das Herz auf. Auf den hinteren Seiten der Anleitung haben wir dann tatsächlich nochmal eine Anleitung dafür, wie man bestimmte Technik-Steine zusammensteckt, aber auch wieder auseinander bekommt. Und auf der Rückseite sehen wir einfach nochmal das A- und das B-Modell aus verschiedenen Perspektiven. Bemerkenswert finde ich auch nochmal bei dieser alten Anleitung die Zählhilfe hier vorn. Die wird nicht nochmal bei jedem Bauabschnitt, wo irgendwo eine Achse ist, nochmal einzeln abgedruckt, sondern man muss sich hier vorn orientieren. Und hier haben wir auch schon die Teile. Die wurden mir jetzt vom Gebrauchtverkäufer in so einem SIP-Beutel zugeschickt. Das Ganze hat einen ordentlichen Eindruck gemacht. Bemerkenswert bei diesen Teilen sind sicherlich diese Federn hier. Dann auf jeden Fall der alte Technik-Sitz und auch einige weitere Teile, die in diesem Set hier verbaut sind, die man von neuen Sets überhaupt nicht mehr kennt. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr auf diesen Bau und dementsprechend fange ich jetzt auch an zu bauen. Und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Set wieder, außer es gibt während des Baus noch irgendetwas Wichtiges zu zeigen. Und damit ist das kleine Go-Kart auch schon fertig. Es geht bei diesem Set natürlich um die Technik und um die Spielfunktion und weniger ums Aussehen. Ich glaube, das sieht man sofort. Das Set hat natürlich nichts optisch mit heutigen Sets zu tun und ist optisch natürlich auch nicht so ausgereicht wie heutige Sets. Ich glaube, es gibt keinen, der sagt, dieses Set ist viel hübscher als ein heutiges Go-Kart von Lego Technik oder anderen Herstellern, die Technik anbieten. Aber genau hierher kommt eben Technik mit. Wir haben ein wirklich kleines Set, wenige Teile und haben aber in diesem kleinen Set eine voll funktionsfähige Lenkung und eine voll funktionsfähige Federung, die man bauen kann und die auch dazu einlädt, das Ganze vielleicht nochmal auseinanderzunehmen und weiter zu kombinieren. Wie zum Beispiel durch das B-Modell, wo wir dann eben so eine Art Dreirad haben und den Motor, den man hier noch einbauen könnte. Oder eben auch mit freien Kreationen, die man aus diesem ganzen Set hier bauen könnte. Darum geht es hier um so einfache wie mögliche Wiederverwendbarkeit und nicht um die Optik. Und dem muss man sich auf jeden Fall nochmal bewusst werden. Und wenn man diese Stufe überwunden hat von es ist ja jetzt nicht unbedingt die Schönheit, dann kann man mit diesem kleinen Set richtig viel Spaß haben. Selbst heute noch, die Steine sind echt noch gut. Die lassen sich alle gut verwenden. Der ein oder andere Pin hat etwas Klemmkraft eingebüßt oder wurde damals schon mit etwas weniger Klemmkraft ausgeliefert, das weiß ich nicht. Aber trotzdem hält das Ganze und durch die Bautechniken, die wir hier drin haben, ist das Ding nahezu unverwüstlich im Spiel. Und genau dafür wurde dieses Set eben auch entwickelt. Und auch wenn wir uns die Anleitung angeschaut haben und die Anleitung viel, viel schwerer ist als heutzutage Technikanleitungen, kriegt man das auf jeden Fall trotzdem gebaut. Und das bekommt auch ein Kind gebaut. Es muss vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal kurz unterstützt werden. Vor allem haben wir das bei den Hinterachsen. Denn wir haben es hier sehr oft, dass wir so eine Achse einbauen und dann erstmal nicht weiterverwenden, aber noch keine Stopper auf der Achse sind und sie hier rumrutschen, wenn man das Modell bewegt. Das Ganze ist dann gebündelt. Wenn wir die Federung bauen, da wird es am schlimmsten. Da haben wir insgesamt drei lockere Achsen liegen, die wir hier irgendwie versuchen zu verbinden. und dann auch noch die Federung reindrücken müssen. Das ist schon ein wenig Gefummel. Man bekommt es als Erwachsener natürlich trotzdem recht einfach hin, aber ein Kind könnte da etwas Probleme haben. Das sind aber alles keine unüberwindbaren Aufgaben. Und durchaus ist es eine gute Sache, wenn Kinder eben hier auch mal gefördert und gefordert werden und nicht pro Seite ein Stein behandelt wird. Und im Zweifelsfall kann man dem Kind ja immer noch helfen. Dann haben wir natürlich in dem Set wie gesagt Funktionen. Wir haben eine voll funktionsfähige Lenkung, was mir in so einem kleinen Set schon echt gut gefällt. Der Wendekreis ist auch absolut in Ordnung und wir haben in der Lenkung keinen Widerstand oder komische Stellen. Die läuft richtig, richtig gut durch. Cool finde ich auch, dass wir bei der Lenkung einstellen können, ob das Lenkrad, sage ich mal so, nach oben steht, dann ist es immer noch funktionsfähig. Oder im Extremfall ganz nach unten steht, dann ist es auch funktionsfähig. Denn wir haben hier ein Zahnrad in so einer Spirale laufen. Wie gesagt, alles super, super einfach aufgebaut, aber eben effektiv. Die Federung funktioniert auch noch hervorragend. Und dann kann einem dadurch, dass das Ganze ja auch nicht ausgestaltet ist, die Fantasie sagen, ist das jetzt für mich vielleicht ein Go-Kart oder durch die Federung vielleicht eher ein Dün-Buggy oder ähnliches. Und dann kann das losgehen und man hat hier eine Menge Spielspaß durch die kleinen Funktionen, die dabei sind und auch nach diesen vielen Jahren immer noch super funktionieren. Ich habe das vorhin so nebenbei gesagt, aber macht euch das bitte klar. Dieses Set ist 1988, 1989 erschienen. Zu dieser Zeit stand in Deutschland noch eine Mauer zwischen der DDR und der BRD. Es gab zwei deutsche Länder. Das eine kommunistisch, das andere kapitalistisch eingestellt. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr aufs Grundniveau runtergebrochen. Ich denke, die meisten oder ich hoffe, alle kennen die Geschichte. Aber mir fällt auch auf, dass Leute mit dieser Zeit einfach nicht mehr viel anfangen können. Und das möchte ich einfach nochmal in den Hintergrund rufen, dass dieses Set nur für, ich sage mal, die Hälfte Deutschlands überhaupt verfügbar war und die andere Hälfte Glück haben musste, dass sie vielleicht aus dem Westen ein Paket geschickt bekommen und dieses Paket dann nicht irgendwo durchsucht wird und sie es wirklich auch, ich sage mal, im Ostteil Deutschlands zum Spielen haben konnten. Ich finde, es ist wichtig, wenn man so ein altes Set zeigt, mal kurz darüber zu sprechen, aus welcher Zeit das kommt. Und wenn man sich das klar macht, dann muss ich sagen, dann ist da so eine gewisse Ehrfurcht vor diesen Steinen da, dass sie jetzt noch so wunderbar funktionieren, die ganze Zeit überlebt haben, damals vielleicht ein Kind damit Spaß hatte oder es sich damals schon so eine Art Sammler gekauft hatte und jetzt ich darüber reden kann, der mehr als zehn Jahre nach diesem Set überhaupt erst geboren ist. Und deshalb macht es mir auch einen riesigen Spaß, über solche Sets hier zu reden und sie euch vorzustellen. Vielleicht nicht mit der riesigen Expertise von jemandem, der die Zeit damals selbst miterlebt hat, aber von jemandem, der eben mit der jetzigen Klemmersteinwelt aufgewachsen ist und einfach zurückschaut, was gab es damals und ist das vielleicht auch noch heute empfehlenswert. Und dieses Set, da muss ich einfach ganz klar sagen, es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Man kann damit Spaß haben, auch heute. Kinder werden hier noch viel, viel besser gefordert, als jetzt mit neueren Lego-Technik-Sets. Und da ist es egal, ob hier keine Lizenz drauf ist, ob es vielleicht nicht komplett verkleidet ist, sondern das hier ist purer Spielspaß. Und das möchte ich euch hier einfach nochmal ans Herz legen, auch aus einer Sicht von jemandem, der wie gesagt mit neueren Klemmbausteinen aufgewachsen ist. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt wie immer gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich wie immer besonders in diesem Fall sehr interessieren, ob ihr vielleicht auch mit diesem Set hier selber aufgewachsen seid. Ich meine, von euch könnten auch einige dabei sein, von denen das hier vielleicht das erste Lego-Technik-Set war als Einstieg. Schreibt das gerne in die Kommentare, das würde mich sehr, sehr interessieren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.